Ich bin jetzt eine Stunde in meinem Veedel, am Parkplatz am Söcke. Und ich stehe in die ganze Zeit, jeder, der hier nur besitzt. Dass der Eberplatz jetzt zum neuen Hotspot von Köln geworden ist, daran habe ich mich jetzt gewöhnt. Aber dass hier 500.000 Lücke auf der Straße sind, dann gehen wir auf den Sank. Ich fahre also eine Runde, zwei Runden, alle Heimparkplätze fort. Alles voll, alles, nur Lücke, überall. Ich denke, was ist hier, was ist los? Auf einmal fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Kölner Lichter. Fassung der Masse in die Gesellschaft. Auch das muss es geben. Ich muss nicht dran gewöhnen, aber es muss es geben. Schunkelt, liegt euch in den Armen, singt Kölnerlslieder im Sommer. Es ist mein dritter Jahr. Wenn du zu Kölner Lichtern in mein Viertel kommst, dann nimmst du. So, ihr verließt die scheiß Bahn! Ich beruhig mich auch wieder. Ich freue mich ja für die ganzen Sabrinas und Saschas aus BM und SU Kreisen, dass die auch heute mal einen schönen Abend haben. Alles gut. Es ist halt nur so, es gibt so wunderbare Bahnanbindungen. Nicht wahr? Und es ist eine Großveranstaltung. Nimm doch einfach beim nächsten Mal die scheiß Bahn. Okay? Ciao.